Jetzt ist Herbst, September im Adler und wir haben jetzt begonnen mit unseren Wursten. Wir haben gestern schon ein bisschen Schwarzwurst gemacht, einen Pfefferweißer gemacht für unsere Schlagplatte. Wir möchten ja zum ersten Mal unser Schlagplattebuffet machen und möchten mal zeigen, was wir alles selber herstellen. Und wir machen Blutwurst, wir machen Leberwurst, wir machen Bratwurst, beziehungsweise Bratwurst sind so kleine Thüringer, dann machen wir so Pfefferweißer, wir machen Leberknöbel, wir machen so kleine Kisch, so nach Elsässerart. Und natürlich nicht zu vergessen, es gibt auf jeden Fall noch eingewickte Äpfel und die kommen auch mit aufs Schlagplatte. Und natürlich schönes Finder-Sauerklaut dazu und selber machtes Püree und wir machen dann Schnurrle und Käsefleisch, was hat alles dazugehört. Musik 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 Musik